Diese Idee, bekannte Werke zu nehmen und die einfach so komplett zu hinterfragen und einfach komplett auseinanderzunehmen und neu zusammenzusetzen, das finde ich einfach total cool. Für mich war Stehkraft so erstaunlich dreidimensional. Die Musik war überall um mich herum. Ich war irgendwie in der Musik und es war ziemlich merkwürdig, aber auch ziemlich schön. Die Idee, die hinter dem Stehkraftorchester steht, die ist schon revolutionär. Es war diese unglaubliche Entdeckungsreise. Was passiert mit uns? Wow, wohin gehen wir? Wohin führt diese Reise? Es ist auf Augenhöhe mit den Zuschauern. Egal auf welchem Level, die Kunst näher an alle in der Gesellschaft zu bringen. Die Kunst und Förderung von der Kunst, dafür ist es da. Ja, ich halte das Stehkraftorchester für besonders unterstützenswert, weil es den Hörern neue Dimensionen eröffnet. Was kann aus dem Material, was die großen Komponisten gemacht haben, weiter erfolgen? Wow, die Musikern bewegt sich frei. Die mussten nicht hier bleiben an ihrem Platz. Das war einfach ein Wow-Moment. Ich glaube, es ist ein sehr wichtiges Modellprojekt auch für zukünftige Generationen von Musikschaffenden. Weil es zeigt, dass große Visionen auch abseits vom Klassik-Mainstream Realität werden können und auch Erfolg haben können. Deshalb glaube ich, ist es wichtig, dass man solche Modellprojekte unterstützt, damit man auch zeigt, es geht anders. Ihr könnt eure Visionen, eure wilden Ideen auch umsetzen, wenn ihr dran bleibt und damit auch Erfolg haben. Das war eine permanente Huchspannung. Weil jeder Moment wieder neu war, wieder kreativ. Das ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Vor allen Dingen war ich so beeindruckt von dieser Perfektion. Ich habe Stegreif unterstützt, weil ich es sehr schön finde, einen Teil dessen zu sein und die Arbeit zu beobachten, wie sich das weiterentwickelt. Eigentlich kann ich nur sagen, macht weiter so. Wenn ich an die Stegre-Family denke, dann denke ich an die ganzen spannenden Begegnungen, die ich so auf den Touren hatte, mal einen völlig anderen Input zu bekommen. Es ist einfach eine tolle Möglichkeit, erstmal noch mehr Nähe, Interaktionen zu schaffen, also zwischen Orchester, Publikum. Dann auch einen Blick zu bekommen hinter dem Prozess, weil der Prozess ja auch das Spannende ist an dem Orchester, das, worin sich das Orchester von vielen anderen Ensembles unterscheidet. Und diesen Blick hinter die Kulissen schafft auch noch mehr Nähe. Das ist, glaube ich, ein sehr großer Mehrwert für viele, die eintreten wollen in die Stegreif-Familie. Ich glaube, je mehr Stegreif macht, desto bunter wird's. Das ist, glaube ich, ein sehr großer Mehrwert für die Stegreif-Familie.